Vielleicht steigen wir mal so ein. Ich habe euch hier was mitgebracht, das kennen vielleicht auch viele schon. Das ist ja der Leuchter, praktisch der siebenarmige Leuchter und zwei Ölbäume und das sieht ja Zacharja in einer Vision. Der Zacharja in einem der Nachtgesichte sieht dieses Bild und fragt den Engel, was das ist. Und dann antwortet der Engel Gottes ihm und sagt, weißt du nicht, was das ist? Und dann sagt der Zacharja, nee, ich weiß nicht, was das ist. Und dann sagt der Engel, das hier, das wird nicht durch ein Heer oder eine äußere Kraft entstehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das ist ein großes Geheimnis, das ist eines der Nachtgesichte Zacharias. Und der Engel zeigt dem Daniel das und eigentlich zeigt der Engel dem Zacharja hier die Gemeinde Jesu. Die hat vor 2000 Jahren angefangen, wo denn? In Jerusalem, Ölbaum. Und von Jerusalem aus ging das Evangelium ja in die ganze Welt. Bis nach Österreich habe ich gehört, ja. Deutschland, Österreich, Kärnten, da überall sind Christen, wo ihr hinkommt, ja. Das heißt, das Evangelium ist in die ganze Welt gegangen, zu den Nationen, zu den Heiden, steht in den alten Bibeln, ja. Und am Ende der Zeit, und das ist das Neue eigentlich, am Ende der Zeit geht das Evangelium wieder nach Hause, nämlich nach Jerusalem. Das ist der Gedanke, das ist schon alles. Es ist schon sehr kompliziert eigentlich, ja. Das Evangelium oder die Gemeinde Jesu, die wird meiner Meinung nach dort ihren Abschluss finden, wo sie angefangen hat vor 2000 Jahren. Das ist schon alles, ja. Also nachdem Jesus auferstanden ist, kam ja Pfingsten. Gott hat seinen Geist ausgegossen auf die Stadt Jerusalem. Die Apostel kommen zum Glauben, mit ihnen tausende von Menschen, alles Juden damals, ja. Und die glauben an Jesus, den Messias. Danach gab es dann eine Zeit lang, wo dann die ersten Christen verfolgt wurden. 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört. Es gab kein Israel mehr. 2000 Jahre kein Israel. Bis dann irgendwann 1948 der Staat Israel gegründet wird. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, nach 2000 Jahren, ja. Das hat ja kein anderes Volk erlebt. Das heißt also, das, was an Verheißungen im Matthäus-Evangelium, Matthäus 24, 25 steht, das ist vor unseren Augen, in unseren Zeiten tatsächlich passiert. Die Christenheit müsste hellwach sein. Ja, die müssten sagen, hallo, da tut sich ja was. Wisst ihr, das ist wie in so Fantasy-Filmen, wo die Leute sagen, die alten Verheißungen sind wieder wahr geworden. Ja, so, ja. Das wird ja von Hollywood nachgemacht. Aber das passiert in der Bibel. Und das kann jeder, ob er Christ oder kein Christ ist, kann das nachvollziehen. Der Staat Israel existiert. Und der muss existieren, um Matthäus 24, 25 in Erfüllung zu bringen. Ja, das heißt also, könnte es sein, dass die Zeit der Christenheit irgendwann abläuft. Und Israel ist ja auch schon 75 Jahre alt. Das ist ja schon lange. Und jetzt, heute, in unseren Tagen ist Israel in einer existenziellen Krise. Ja, die haben ja einen Multifrontenkrieg. Das ist nicht unser Thema heute. Nur, dass man mal so ein bisschen so einen groben Umschlag macht. Israel hat einen Multifrontenkrieg mit dem Gaza-Streifen, mit dem Westjordanland und mit dem Libanon und mit Syrien. Und der Iran sagt, wir zerstören Israel und treiben euch ins Meer. Und das Frappierende ist, dass die Angriffe gegen Israel ja 75 Jahre lang alle von außerhalb kamen. Israel war ja einig und hat immer die Feindschaft außerhalb des Landes gehabt. Aber jetzt, im 75-jährigen Geburtstag, sehen wir, dass Israel innerlich zerbrochen ist. Ja, weil der Norden lebt sehr modern. Die programmieren dort Apple, Microsoft. Ja, da sind die ganzen großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, sind dort. PricewaterhouseCoopers und so weiter haben riesige Hochhäuser in Tel Aviv stehen. Hochmodern, Hightech. Ja, ich habe selber Kunden gehabt bei der Bank. Junge Israelis, Mitte 30, Internetmilliardäre. Wollten in Deutschland Immobilien kaufen. Bin mit denen durch Deutschland gefahren und die haben Immobilien kaufen wollten. Weil die wollen, weil die einfach mit Softwareprogrammierung in Israel zum großen Vermögen gekommen sind. Das ist kein Einzelfall, ja, das ist oft dort. Und im Süden haben wir, in Jerusalem haben wir eine orthodoxe Judenschaft, die eigentlich im Talmud lebt, im Mittelalter, in einer mittelalterlichen Gesetzesreligion. Talmudisches Judentum, die jetzt aber aufgrund ihrer demografischen Entwicklung in Israel anfangen und sagen, wir wollen, dass der Talmud wieder in ganz Israel gilt, auch in Tel Aviv. Und die in Tel Aviv sagen, wir wollen so leben wie in Europa und noch viel doller. Ja, also die machen Sachen, die will ich jetzt hier nicht nennen. Da geht es richtig ab in Israel. Technopartys, wenn ihr da Spaß dran habt, müsst ihr nach Israel fliegen. Ja, das ist also sehr modern und sehr westlich und ein bisschen verkommen auch schon da im Norden. Das war aber in der Antike auch genau so. Das, was wir heute sehen, ist eine alte Geschichte. Und deswegen sage ich, müssen wir die Bibel ein bisschen kennen. Wenn wir Jesaja kennen, Jeremia kennen und die Zeiten aus der Antike, wie damals Israel war, König Omri und so, ja, das war genau wie heute. Der Norden war wirtschaftlich sehr stark, sehr modern, sehr erfolgreich. Und der Süden war gottergeben, aber immer schon ein bisschen ärmlicher. Und sowas Ähnliches haben wir heute auch. Ja, also das findet man heute fast wieder. Und nach dem, was ich jetzt so kurz mal skizziert habe, glaube ich, wenn Israel wieder im Land ist, sollten wir Christen uns vielleicht dafür ein bisschen interessieren und gucken, lasst uns doch mal ein bisschen die Nase in die Bibel stecken und ein bisschen die biblische Historie kennenlernen. Ja, das tut uns sowieso gut als Christen, auch das Alte Testament ein bisschen zu kennen. Und vielleicht können wir darüber aus der Bibel raus ein bestimmtes Muster verstehen und dann mit unserer heutigen Zeit abgleichen. Ja, ich bin da immer sehr vorsichtig. Man kann die Tagespolitik nicht mit der Bibel einordnen. Mir wird auch vieles zu viel spekuliert im Internet. Vieles ist mir zu reißerisch, ja. Für mich ist wichtig, dass man das sauber, strukturiert, nüchtern liest, ja. Diese Texte sind ja von unseren Vorvätern auch gelesen worden, sehr nüchtern. Und manchmal kann man das analytisch tun, ja. Und dann entsteht ein gesundes Bild und es gibt einen nüchternen, guten Glauben, einen geerdeten Glauben, ja. Das ist was Feines. Und in so irrsinnige Zeiten wie jetzt hat man immer so einen Punkt, wo man sich darauf zurückziehen kann, ja. Ich habe ja meine Seiten mit dem Griff, Psalm 23 finde ich immer, ich hoffe, ihr auch, ja. Sonst macht euch so ein Bändchen da rein bei Psalm 23. Manchmal muss man den lesen bei dem Irrsinn, der da draußen, der läuft, ja. Und dann macht man sich ein bisschen im Evangelium wieder fest. Das ist was Wertvolles, ja. Okay, also das ist eigentlich, hat mit der Wiedergeburt Jerusalems zu tun, weil das die Gemeinde Jesu ist. Und die hat ja begonnen zu Jerusalem vor 2000 Jahren. Jetzt ist die Frage, wie geht denn die Gemeinde zu Ende? Es muss ja irgendwie zu Ende gehen. Geht das nochmal 1000 Jahre? 2000 Jahre gibt es ja schon die Gemeinde Jesu. Geht das nochmal 2000, nochmal 3000, geht es nochmal 5000 Jahre? Was ist denn da so vorhergesagt, ja. Und wenn man das so mit der Bibel, mit den biblischen Zeiträumen sieht, dann sagt man, naja, von Adam bis Jesus waren 4000 Jahre. Von Jesus bis heute sind 2000 Jahre, macht 6000 Jahre. Kommt jetzt ein Schabbatjahrtausend, ein siebtes Jahrtausend, ja. Sechs Wochentage, am siebten Tag war der Schabbat, der Tag, an dem man ruhte. Sechs Monate, im siebten Monat war es das Passafest. 6000 Jahre, vielleicht kommt ein siebtes, ein tausendjähriges Reich, ein Friedensjahrtausend. Das ist nur mal ein Gedanke, den man so haben könnte, ja. Und das sind alles so Punkte, wo ich sage, und jetzt so ein Irrsinn in der Welt, wo die Leute alle gaga sind im Kopf. Was läuft denn da, ja. Was ist denn hier los? Und deswegen glaube ich, ist das wichtig auch, dass man sich ein bisschen an der Bibel festmacht. Okay, die nächste Folie überspringe ich mal, weil wer da ein bisschen eingearbeitet ist, weiß, dass Zachar ja noch zwei Zweige hier sieht, ja. Also das ist die Gemeinde Jesu und an der Gemeinde Jesu sind noch zwei Zweige, an denen das Öl in den Leuchter läuft und wo der Leuchter dann mit brennt. Aber da springen wir jetzt mal ein bisschen drüber. Was ich euch zeigen möchte, sind im Wesentlichen diese Stellen hier. Also 2. Könige 19 aus dem Alten Testament, das schauen wir uns an. Dann gehen wir im Johannes-Evangelium Kapitel 3, Jesu und Nikodemus, ganz spannendes Gespräch, ja. Und dann schauen wir uns ein paar alttestamentliche und neutestamentliche Bibelstellen an und zum Schluss fassen wir das zusammen und versuchen da so eine Bedeutung zu finden für, ja. Oh, habe ich falsch den Knopf gedrückt? 2. Könige 19 im Jahr 702 v. Chr. war Jerusalem vollkommen isoliert, politisch und militärisch vollkommen isoliert und wird von dem Sanherib belagert. Das hier ist der Sanherib, ja, den kann man sehen, wir waren in Berlin da im Museum und da habe ich einige Fotos gemacht auch. Sanherib ist ein assyrischer König, der seinen Feldherrn nach Jerusalem schickt im Jahr 702 und das ist die Situation, die da geherrscht hat. Ja, also man sieht, dass das assyrische Großreich, das hat sich ausgeweitet nach Süden, hier ist das ägyptische Großreich, ja. Und Assyrien ist sehr groß geworden und hat sich ausgedehnt bis hier runter und hat auch ganz, die alle Staaten hier erobert und hat auch Israel erobert und allein übrig geblieben ist nur noch Jerusalem. Wie eine Hütte im Weinberg, 702 v. Chr. historisch nachprüfbar. Was ich euch erzähle hier ist Weltgeschichte, das ist nicht Poesiealbum, ja, das kann man, ich zeige euch auch gleich Stellen aus der profanen Literatur, das was wir hier lesen gleich, das ist Weltgeschichte und das kann man archäologisch auch nachprüfen, ja. Das war die politische Situation, das war der Sanherib, ja, ist kein Foto, ist nur so ein Stein gemeißelt, ja, so ungefähr sah er wohl aus, ja. Und das ist etwas, eine außerbiblische Quelle, weil dieser Sanherib hat ja Jerusalem belagert und diese Belagerung Jerusalems, die wird auf diesem Taylor-Prisma, wird die wiedergegeben, das ist in Ton eingedrückt worden mit kleinen Keilchen, ja, in Keilschrift. Im britischen Museum in London steht dieses Prisma, hat insgesamt sechs Seiten, drei sieht man hier, ja, eine saubere Keilschrift, das Ganze ist ungefähr 37,5 Zentimeter hoch, eine Keramik und eine von vielen Inschriften, die über die Siege des Königs Sanherib berichten, von dem lesen wir gleich, Sanherib belagert Jerusalem, das ist eine biblische Geschichte, das ist das, was in der profanen Literatur da ist, das sind Originalzeugen aus der Zeit, das muss man sich überlegen, das ist also Zeitzeuge, ja, dieses Taylor-Prisma. Eine von vielen Inschriften, die über die Siege des Königs Sanherib berichten, der von 705 bis 681 v. Chr. Assyrien regierte und der britische Botschafter in Bagdad, Oberst Taylor, der hat das irgendwann in Nidiveh gekauft, 1830, und hat das dann, 1855 kam das Stück in den Besitz des britischen Museums. Das ist unendlich viel wert, weil man damit ja die Bibel beweisen kann, oder lieber sage ich umgekehrt, die Bibel beweist, dass das hier wahr ist, ja, also das ist immer so eine Grätschenfrage, ja. Ich wollte euch das nur zeigen, dass die Bibel da zuverlässig ist in dem, was sie da berichtet. Wikipedia, habe ich euch einen Artikel mitgebracht, die profanen Quellen sagen, dass niemand weiß, warum Sanherib Jerusalem nicht erobert hat. Sanherib stand mit 185.000 Soldaten vor der Stadt, die Stadt war eingekesselt und vollkommen isoliert, das war ein Fingerschnipp und er hätte Jerusalem erobert. Hat er nicht, ja. Und das könnt ihr, wenn ihr das googelt oder wenn ihr das in Wikipedia eingebt, dann könnt ihr hier sehen, hier unten steht, nach dem Sieg über König Zideka in Ascalon, wurde Hiskia in Judah gemäß Sanheribs Aussagen gleich einem Vogel im Käfig in seiner Residenz Jerusalem eingeschlossen. Jerusalem wurde allerdings nicht eingenommen, auch sagt Sanherib nicht, dass sich Hiskia ergeben hätte. Das ist Wikipedia. Ja, das ist nicht Bibel. Das heißt Wikipedia und auch dieses Prisma, was wir eben gesehen haben, das schreibt davon, dass Jerusalem nicht erobert wurde. Und es gibt keinen Grund dafür, ja, die Historiker rätseln und sagen, Mensch, das hätte doch der Sanherib ohne Probleme, hätte er die Stadt erobern können. Jetzt steht in der Bibel, dass der König, wir lesen das gleich, dass der König Hiskia gebetet hat und dass Gott einen Engel geschickt hat und dieser Engel hat in einer Nacht 185.000 assyrische Soldaten getötet. Das kann man als Historiker natürlich anführen. Ich schmunzle da immer ein bisschen drüber und sage, das kann man aber nur einmal, weil danach ist man seine Professur los und den Titel als Historiker sowieso, weil die sagen alle, der Mann ist Gaga geworden. Aber das steht in der Bibel. Flavius Josefus zitiert einen babylonischen Schriftsteller und der hat im dritten, vierten Jahrhundert vor Christus gesagt, nach Christus gesagt, nee, dieser Schriftsteller, dritte, vierte Jahrhundert vor Christus und Flavius Josefus zitiert den und der sagt, dass da die Pest ausgebrochen sei. Die Pest ist eine schlimme Krankheit, aber ob da 185.000 Leute in einer Nacht sterben, man weiß das nicht, ja, man weiß nicht, warum Sanherib die Stadt nicht erobert hat. Die Bibel sagt uns, warum, weil Gott diesen Engel geschickt hat und ich erlaube mir diese Dummheit auch einfach so zu sagen, weil das in Gottes Wort so steht und wir sehen auch gleich, warum, ja, das hat noch eine sehr viel weitgehendere Bedeutung. Also das war die Zeit 733 vor Christus und das ist die Zeit 722 vor Christus, also ihr seht, der Iran, hätte ich fast gesagt, ja, Assyrien, der antike Iran, Assyrien, greift immer weiter nach Süden, erobert alle diese Länder bis zum Schluss nur noch der Süden Israels übrig geblieben ist und 20 Jahre später nur noch Jerusalem. Das erwarte ich wieder. Das, glaube ich, wird kommen. Der Iran wird das tun und der spielt ja jetzt schon mit den Muskeln, ja. Also diese Strukturen, wenn man die aus dem Alten Testament kennt, dann ist man sehr aufmerksam im Vergleich zu dem, was wir heute im Nahen Osten sehen, ja. Ist noch nicht so weit, aber das ist das Gebiet des Iran-Irak, ja. Und der will dringend nach Süden, über Syrien bis hier runter. Und ich glaube auch, dass er den modernen Staat Israel noch mal erobert. Ich glaube, dass sich das alles wiederholt hier. Warum? Es wird biblisch. Gott dreht die Zeit zurück dorthin, wo sie schon mal war. Ja, das, was kommt, ist das, was schon gewesen ist. Und Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. Und wohl dem, der seine Bibel kennt, wohl dem, der das weiß, der weiß grob, was kommt, ja. Das ist nicht heilsnotwendig. Heilsnotwendig ist, Jesus Christus zu kennen. Aber das ist spannend hier zu sehen und ich glaube, dass Gott uns das auch nicht vorenthalten will, ja. Okay, also das würde ich mir vorstellen, dass das wieder kommt. Wann das kommt, weiß keiner. Aber wir schauen uns jetzt hier dieses Jahr 702 vor Christus an. Das ist die Situation, ja, 702 vor Christus. Und da redet auch unser Text von der Rapschake, so hieß damals der General von den Assyrern, der steht mit 185.000 Soldaten vor der Stadt. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Klagenfurt, frage ich immer mal so rund. 100? Also zweimal Klagenfurt, ja, von Säugling bis zum Kreis. Alles kriegsaprobte Leute, ja? 100.000, ja. Also das waren viele. Ja, das war eine richtig große Armee und die zieht also rauf nach Jerusalem mit großem Bepränge. Hiskia ist dort eingeschlossen in der Stadt und Jesaja. Hiskia ein sehr junger König, ein sehr gläubiger, sehr gottergebender König und Jesaja wahrscheinlich einer der bekanntesten Propheten des Alten Testaments, einer der größten Propheten überhaupt. Prominente Leute, ja? Die waren eingeschlossen dort in Jerusalem mit den Bürgern Jerusalems. Und der Hiskia hat die Brunnen alle abgedeckt, der hat die Bäume alle gefällt, der hat die Infrastruktur dort möglichst zerstört, damit die Assyrer dort keinen Nachschub hatten und keine Nahrung hatten, um Jerusalem zu belagern. Der hat die Häuser abgebrochen, um die Stadtmauer zu befestigen. Der hat einen Tunnel gegraben, den man in den 80er Jahren wiedergefunden hat. Ihr könnt also in Jerusalem den Hiskia-Tunnel gehen, den er dort gegraben hat. Das ist Archäologie. Man kann das politisch nachweisen, archäologisch nachweisen, historisch nachweisen. Das ist Weltgeschichte, was wir hier anschauen. Das ist keine Kleinigkeit. Ich versuche ein bisschen, um Vertrauen zu werben. Das, was man nachvollziehen kann und was man sehen kann. Also der Hiskia hat die Stadt also vorbereitet und die warten darauf, dass der Sanherib jetzt raufkommt und die letzte Bastion Israels auch einnimmt. Und dann irgendwann sehen die eine Staubwolke kommen nach Jerusalem rauf und dann hören die Trommeln und dann sehen die Kriegselefanten und dann sehen die Pferde ohne Ende und die gesammelte Offizierschaft und dahinter diese vernarbten, kriegserprobten Soldaten, die nach Jerusalem raufziehen und der Rapschake vorne mit dem Baldachin über sich und steht er vor der Stadt. Und dann fängt er an und ruft in die Stadt Jerusalem rein und sagt, gebt auf, ihr habt nichts, ihr könnt nichts, ihr seid nichts. Gott ist von euch weg, Hiskia ist ein Betrüger und eigentlich hat Gott mich geschickt. Ich bin im Auftrag Gottes hier. Kommt, geht auf. Seid nicht so sperrig. Stellt euch nicht, kommt, ihr habt eh keine Chance. Das ist den Christen oft passiert. Das war oft die Situation von Christen. Physisch und auch geistlich. Ja, so werden wir auch angegangen. Zweite Könige 18, ganz spannende Sache. Aber das ist jetzt die Situation vor Jerusalem und dieser Rapschake ruft eine nervenzerfetzende Rede in die Stadt rein. Das ist etwas sehr Kluges, was der macht. Denn der will nicht kämpfen. Der könnte kämpfen, das wäre kein Problem für ihn, aber der ist ja klug. Warum soll ich denn unnötig Leute vergeuden, wenn ich mit einer einzigen Rede die Stadt aufrührig machen kann? Warum soll ich denn einen Mann der Soldaten auch nur da opfern für diese Eroberung, wenn es mit einer Rede geht? Und dieser Rapschake ist sehr klug, der ist sehr frech, der ist ein sehr böser, schmutziger Mann, der schmutzige Worte in die Stadt Jerusalem reinruft. Und der ist hochintelligent. Denn die Frage ist ja, was hättet ihr denn gesagt, wenn ihr vor der Stadt Jerusalem steht und wollt ihr erobern? Welche Worte hätten wir denn gefunden dafür? Und der fängt an und sagt, ist ein bloßes Wort noch Rat und Macht zum Krieg. Worauf verlässt du dich denn, Hiskia? Auf diesen Ägypter, auf diesen zerstoßenen Rohrstab, der jedem in die Hand fährt. Komm raus, sagt er. Lass uns eine Wette annehmen. Ich gebe dir 4.000 Pferde, ob du Reiter dazu geben könntest. Der fordert den, der reißt an den Nerven der Eingeschlossenen dort laut und versucht die Stadt aufrührig zu machen gegen Hiskia, einen Keil zu treiben zwischen Hiskia und die Leute. Klug, psychologisch sehr klug. Und dann in dieser Situation, als der König Hiskia das hörte, als er diese Rede hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Das ist immer gut. Er geht in den Tempel und betet. Und er sandte den Hofmeister El-Jakim und den Schreiber Schebner samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja. Also Jesaja und Hiskia sind in der Stadt. Zu dem Sohn des Ammots. Und sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, und jetzt wird es spannend, über die Stelle bin ich gestolpert. Das ist ein Tag der Not. Warum? Weil die belagert sind. Der Strafe. Warum? Weil das ganze Land so gottlos war. Und der Schmach. Weil der Rapschake das Volk schmäht. Wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt sie zu gebären. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja gut, wenn der Hiskia gebetet hätte, Herr, hilf uns, morgen sind wir alle tot. Das hätte ich verstanden. Wenn der gebetet hätte, Herr, da stehen 185.000 Soldaten vor der Stadt und die haben alle ihre Feinde erobert. Hilf uns, morgen sind wir tot. Das hätte ich verstehen können. Hilf uns, weil die werden uns sehr langsam sterben lassen. Die Assyrer waren sehr grausam mit ihren Feinden. Die haben Dinge mit den Leuten gemacht, die will ich euch nicht sagen, da schläft man nicht gut nach. Die waren bekannt für ihre Grausamkeit. Das hat den König Hiskia erwartet. Das war seine Situation. Und ich hätte verstanden, wenn er gebetet hätte, Herr, hilf uns, schick deinen Engel. Ja, so was. Aber das ist ein Problem damit, dass Kinder nicht geboren werden können. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Das macht keinen Sinn. Wieso Kinder geboren? Ich meine, die sind dabei, erobert zu werden. Die Stadt wird geschleift werden und die werden alle getötet. Wieso Geburt? Und ich habe ein bisschen mit Israelis zu tun, auch mit orthodoxen Israelis. Die sind auch im Immobiliengeschäft gewesen, als ich noch gearbeitet habe. Habe ich die immer mal getroffen, auf Messen irgendwo im Ausland. Und mit einem der jüdischen Investoren habe ich dann eine Verhandlung gehabt. Und als wir fertig waren, sage ich, ich habe noch eine andere Question. You are rabbi? Do you know the Tanakh? Kennen Sie die Bibel? Und er guckt mich ganz komisch an, weil er sich das nicht erwartet hätte. Und sagte, ja, why? Fragt er dann so. Ja, und dann habe ich ihn nach der Bibelstelle gefragt. Dann sage ich, warum fragt Iskia und sagt hier, warum können hier Kinder nicht geboren werden? Können Sie mir das erklären? Das ist ja Ihre Bibel. Dann sagt er also, auf Englisch alles, sagt er, also ich bin ein Rabbiner, ich habe auch eine Ausbildung als Rabbiner, aber ich praktiziere da nicht. Und ich mache nur Real Estate, also Immobilien. Und dann war das für ihn dann gegessen und ich wollte es auch nicht unhöflich sein. Aber ich habe gedacht, die Chance erlaube ich mir mal, mal einen Rabbiner danach zu fragen, was die dazu sagen. Und die haben da auch keine Antwort drauf. Und wenn ihr heute in Wikipedia geht oder euch Kommentare zur Bibel kauft, findet ihr da auch keine Antwort drauf. Die meisten erklären das irgendwie so hin. Man kann ja alles Mögliche irgendwie erklären, auch begründen. Das Kleid steht ihnen gut. Das sagt man immer, wenn man ein Kleid verkaufen will. Das wirkt irgendwie, ob das wahr ist, ist aber noch eine andere Frage. Und so ist es bei der Begründung hier auch. Ihr findet da Begründungen zu, dass man sagt, ja gut, die Stadt Jerusalem, die Situation der Stadt Jerusalem, die war so schlimm wie bei einer Geburt, wenn das Kind nicht richtig zur Welt kommen kann. Dann ist das ja auch eine notvolle Situation. Ja, sage ich einverstanden, das ist eine notvolle Situation für eine Frau und es war auch eine notvolle Situation für Jerusalem. Aber die beiden Nöte passen für mich nicht so richtig zusammen. Und das ist für mich auch irgendwo unbeantwortet geblieben. Aber über diese Bibelstelle bin ich als Erster gestolpert. Was ich euch zeigen möchte, und jetzt gehen wir ins Neue Testament, ist ja, dass nochmal die Stadt Jerusalem wiedergeboren wird. Und zwar in der Endzeit. Warum? Weil das Evangelium ja am Anfang, vor 2000 Jahren, schon in Jerusalem angefangen hat zu Pfingsten. Ja, da war zum ersten Mal Wiedergeburt. Vor 2000 Jahren hat Gott seinen Geist das ausgegossen. Und dann ist das Evangelium zu den Heidenvölkern gegangen und jetzt sagen die Pastoren heute, und jetzt kommt irgendwann die Entrückung und da ist die Gemeinde abgeschlossen. Und ich sage, nö, das Evangelium geht nach Hause zu dem letzten, zu dem zweiten Ölbaum und wenn Jerusalem wiedergeboren ist, so wie am Anfang, so am Ende, dann ist die Gemeinde vollständig. Dann haben wir einen Ölbaum und einen Ölbaum und in der Mitte den Leuchter. Ihr seid der Leuchter. Wir sind der Leuchter. Wir bringen das Evangelium als Licht zu den Völkern der Welt. Und das ist das, was Zacharja sieht und das ist der Gedanke. Und ich möchte versuchen, euch zu argumentieren an der Bibel, wo man das sehen kann und wie man das sehen kann. Deswegen habe ich euch die lange Geschichte hier erzählt. Das lassen wir mal einfach so stehen, im Hinterkopf. Da kommen wir gleich wieder drauf zurück. Jetzt machen wir einen Sprung ins Neu-Testament und zwar zu dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Da sitzen jetzt auch zwei High Potentials. Da sitzt der Lehrer Israels und da sitzt der Eigentümer des Wortes Gottes. Die sitzen zusammen und wir spielen Mäuschen und hören dazu. Das ist eine ganz spannende Unterhaltung, die da ist. Und man glaubt nicht, dass man da noch was Neues findet. Weil die meisten Christen sagen, da habe ich ganz viele Predigen schon drüber gehört und da gibt es eigentlich nichts Neues zu finden. Aber wir hören mal genau hin. Also, das ist ein bisschen viel Text, aber den mute ich euch zu. Also Johannes 3, Vers 1, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern. Ich wiederhole mich hier, aber ich finde das wichtig, dass die Bibel sagt, es war ein Mensch unter den Pharisäern. Ja? Ja? Sie hätte doch schreiben können, es war aber ein Pharisäer mit Namen Nikodemus. Ja? Der war ein Lehrer. Das hätte die Bibel doch sagen können. Aber die Bibel sagt, es war ein Mensch unter diesen ganzen Krokodilen. Ein Mensch unter diesen eisgekühlten Bescheidwissern, das will die Bibel sagen. Ein Mensch. Da kommt ein Mensch zu Jesus. Das ist doch toll, dass der als der Lehrer Israels zu Jesus geht und sagt, lass uns mal sprechen miteinander. Da ist doch was an dir. Das, was du tust, das kann doch niemand tun, außer Gott ist mit ihm. Ich muss mal mit dir reden. Ich habe nur ein Problem mit meinen Kollegen, deswegen komme ich halt nachts zu dir. Damit mich niemand sieht. Ja? Aber der kam wenigstens mal. Ja? Das ist doch toll. Ja? Ein 50-jähriger Mann, wahrscheinlich im besten Alter, der Lehrer Israels, wahrscheinlich mit eigener Bibelschule und Jeschiva und mit allen Meriten ausgezeichnet. Ja? In Israel. Und ein Wanderprediger. Ja? Und jetzt kommt, mit 30 Jahren, und jetzt kommt dieser Nikodemus zu Jesus. Ja? Und das Schöne ist, die Bibel sagt, ein Mensch. Ja? Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit, ich muss ja immer schmunzeln, entschuldigt, aber ich finde das so schön, wie die Bibel das so beschreibt. Mit Namen Nikodemus, ein Oberster oder der Oberste unter den Juden, der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, Rabbi, das ist etwas Respektvolles. Ich meine, der war 50 Jahre und Jesus war 30. Ja? Er sagt, Meister, wir wissen, das ist ein Whistleblower, wir im Hohen Rat wissen das. Wir geben das nur nicht zu, weil du nämlich an unsere Machtgefüge rüttelst. Und das wollen wir nicht. Aber wir wissen schon. Wir wissen genau, was läuft. Wir wissen auch, dass du ein Lehrer bist, ja? Von Gott gekommen. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Oh lala. Wir wissen. Und niemand kann das tun, was du tust. Gott scheint mit dir zu sein, ich muss reden mit dir. Ich bin auch jemand, der sucht, der wollte ja auch die Wahrheit wissen, ja? Und dann redet Jesus mit ihm und sagt zu ihm, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Das ist ja unser Thema hier, ja? Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortet und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Ist ja ein Tadel, oder? Ja? Ganz wichtiger Vers für meine Kinder im Religionsunterricht, habe ich Ihnen gesagt. Könnt ihr einen Religionslehrer fragen, was steht in Johannes 3, Vers 10? Dann sagt er, weiß ich es nicht. Dann könnt ihr sagen, bist du ein Lehrer in Israel und weißt das nicht, ja? Haben die sich sofort gemerkt. Englische Vokabeln ist schwierig zu merken, aber das ging gut, ja? Also, okay. Was macht Jesus da? Also der Nicodemus sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen und Jesus sagt, du weißt überhaupt nicht, wer vor dir sitzt. Ich bin kein Lehrer von Gott gekommen. Ich bin Gott selbst. Ich bin Gott im Fleisch geoffenbart. Und du kannst nicht wissen, wer ich bin, wenn du nicht von neuem geboren bist. Dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst ja nicht verstehen, wer Jesus wirklich ist. Dazu muss man von neuem geboren werden. Also hier geht es um Wiedergeburt. Jesus redet mit Nicodemus über Wiedergeburt, über etwas Heilsnotwendiges. Und das ist natürlich schon heftig jetzt, ja? Weil der Nicodemus kommt ja sehr respektvoll eigentlich, ja? Und sagt, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und Jesus sagt zu ihm ganz unbestechlich, ja? Und sagt, Nicodemus, du musst von neuem geboren werden, sonst weißt du überhaupt nicht, was du hier, wem du hier gerade gegenüber sitzt. Das kannst du nicht wissen. Und wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes auch nicht sehen. Das gilt bis heute, ja? Und der Nicodemus, der versteht das ganz, ganz irdisch, ja? Er sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Der versteht das nicht geistlich, sondern er versteht das biologisch, konkret, irdisch, ja? Der hat gar keine geistliche Komponente, um das zu verstehen, was Jesus sagt. Ich meine, das war natürlich auch altes Testament vor 2000 Jahren, der arme Mann, ja? Man muss ja fast ein bisschen Mitleid mit ihm haben. Das ist ja ein Anspruch, den Jesus da hat an ihn, ja? Und dann sagt Jesus zu ihm, Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht, was? Na ja, dass man von Neuem geboren werden muss. Ja gut, aber woher hätte denn der Nicodemus davon wissen sollen? Aus dem Alten Testament. Warum aus dem Alten Testament? Na ja, er war ja der Lehrer Israels und er kommt ja zu Jesus mit diesen Themen, mit diesen Fragen und Jesus sagt, du als Lehrer Israels, du müsstest von der Wiedergeburt wissen, woher aus dem Alten Testament? Warum aus dem Alten Testament? Weil es neu noch nicht geschrieben war, ja? Gab es ja noch kein neues Testament, ja? Ist ja später erst gekommen. Das heißt also, es muss im Alten Testament, muss die Wiedergeburt enthalten sein. Das war ein Gedanke, den ich hatte. Irgendwo im Alten Testament muss die Wiedergeburt schon drinstehen. Steht denn Golgatha im Alten Testament? Ah ja, natürlich. Deswegen sind wir ja Christen, ja? Das heißt also, Golgatha steht im Alten Testament und da kennen wir ganz viele Stellen für. Gucken wir uns gleich an. Aber wo steht denn die Wiedergeburt im Alten Testament? Also habe ich in den letzten 30 Jahren jeden, den ich gefunden habe, gefragt, wo steht denn die Wiedergeburt im Alten Testament? Und da waren Theologen bei, da waren promovierte Theologen bei, Doktor der Theologie und jeden, den ich gefunden habe, der irgendwo Pastor war, Ältester war, Theologe, habe ich gefragt danach. Und alle haben mir die gleiche Antwort gegeben, bis auf einen, ja? Alle haben mir die Antwort gegeben und haben gesagt, in Hesekiel 11 und in Hesekiel 36 steht von der Wiedergeburt. Schauen wir uns gleich an. Was ich euch nur sagen will, ich habe alle gefragt, wo, ihr Meister in Israel, wisst ihr, wo die Wiedergeburt im Alten Testament steht? Und die haben nur diese eine Stelle aus Hesekiel gehabt. Und das fand ich erstaunlich. Das ist mir zu wenig gewesen, ja? Okay, wir schauen das Gespräch mal noch weiter, jetzt habe ich einen falschen Knopf, schauen wir noch mal weiter an. Also Jesus tadelt dem Nikodemus und sagt, du bist dein Meister in Israel, weißt das nicht. Und jetzt geht Jesus noch weiter und jetzt fordert er ihn richtig heraus, ja? Weil der Nikodemus kommt ja und sagt, wir wissen, du bist. Nikodemus will Jesus definieren. Und Nikodemus sagt, setz dich hin, hör zu, wie soll ich dir das erklären? Das ist wie der Wind, der draußen weht. Ja, du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist, ja? Das heißt, Nikodemus kommt und sagt, wir wissen. Und Jesus sagt, okay, wenn du weißt, dann lass uns mal über mein Wort reden. Du musst von neuem geboren werden. Und das steht im Alten Testament, in den Tanach. Und warum weißt du das nicht? Oh, da fliegen aber Funken, oder? Da hat der Nikodemus da gesessen, hat sich auf die Unterlippe gebissen. Ja? Der Mann ist 30 Jahre alt. Der hat nachweislich Wunder getan in Israel. Da sind Blinde sehend geworden und lahmegehend. Und der tadelte jetzt und sagt, du kennst ja deine eigene Bibel nicht, Nikodemus. Und das habe ich mit den Theologen auch ein bisschen gemacht. Ich habe gesagt, wo steht das denn? Ich habe gefragt wie Jesus auch, ja? Okay, also jetzt fordert ihn Jesus und er sagt, so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss das Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, also man kann wohl verloren gehen, ja? Sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da hat der Nikodemus nur noch Bahnhof verstanden. Wie erhöht. Du? Bist du der Sohn Gottes? Wieso hat Gott einen Sohn? Und wer sollte das sein? Ja? Wir lesen das ja heute nach 2000 Jahren, für uns ist das ja Marschgepäck. Ja, wenn da gepredigt wird in der Gemeinde drüber, dann sagen ja alle, ja gut, das kennen wir alle schon, die Texte kennen wir alle schon, aber für den Nikodemus damals, wie erhöht. Was meinst du mit erhöht? Wieso? Moos hat in der Wüste eine Schlange erhöht und das soll nochmal wiederholt werden? Und das soll wiederholt werden mit dem Sohn Gottes, der wird erhöht? Wird denn der Sohn Gottes wie eine Schlange auf einem Stab erhöht? Ja, der ist nach Hause gegangen, das war für ihn vollkommen nicht zu verstehen. Und einige Monate später, als Jesus dann gekreuzigt wurde, da steht Nikodemus unter dem Kreuz und sagt, jetzt ist er erhöht. Jetzt verstehe ich. Aber das war, das hat ihn so bewegt, dass Nikodemus zum Glauben gekommen ist. Dann hat er angefangen zu verstehen. Langsam, Stück für Stück, hat Jesus vom Kreuz genommen, ja? Also eigentlich Josef von Arimatia, aber Nikodemus ist nachher dann dazugestoßen, ja? Und hat sich am Sabbat verunreinigt an den Toten und wusste ganz genau, dass er das Richtige gemacht hat, ja? Und als Jesus auferstanden ist, da sagt Nikodemus, ja. Es war nicht umsonst, ja? Und das wird so kommen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Christen sagen, ja. Und das würde ich euch allen wünschen, dass da alle bei sind und ja sagen, ja? Das wäre schön, ja? Das ist was Gutes, was Wichtiges. Das wird kommen, ja? Okay, also Jesus sagt zu Nikodemus, spricht zu Nikodemus von Golgatha, ja? Er sagt, Mose hat in der Wüste eine Schlange erhöht, weil das Volk Gottes war ungehorsam. Die haben gemurrt in der Wüste. Da hat Gott feurige Schlangen geschickt. Die haben Israel gebissen. Und die Israelis sind gestorben und Mose ruft zu Gott. Und da sagt Gott, richte eine Schlange auf aus Bronze. Die hat in der Sonne geglüht und geleuchtet wie diese glühenden Schlangen. Und alle, die darauf geschaut haben, sind nicht gestorben von den Schlangenbissen. Und so ist Jesus erhöht worden auf Golgatha und auf Golgatha zur Sünde gemacht worden, auf das alle, die auf ihn schauen, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das ist das Bild. Das ist gigantisch. Ja? Das ist ein so starkes Bild. Das darf ich aber nur hier sagen. Wenn ich das in der Synagoge sage, fliege ich ja hochkant raus. Die Rabbiner sagen, du kannst ja nicht aus Moses Schlange was von deinem Jeschu machen. Was macht ihr denn mit unserem Tanach? Das dürft ihr nicht. Das ist nicht euer Wort, das ist unser. Das wäre in der Synagoge ein Skandal. Und war es damals auch. Nur in einem christlichen Umfeld ist das nicht mehr so ein Skandal. Aber dort schon. Das heißt also, Jesus hat dieses Bild, dass Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, auf Golgatha gedeutet. Ach so. Dann redet Jesus also mit Nikodemus über zwei Themen, über Golgatha und über die Wiedergeburt. Genau. Ja, dann wären das die beiden Themen, die Jesus mit Nikodemus bespricht. Genau. Ja, dann sind aber genau die beiden Themen, die man braucht, um in den Himmel zu kommen. Ja? Weil auf Golgatha sind die Sünden der Welt gesühnt worden. Aber ich muss auch persönlich glauben, ich muss auch wiedergeboren sein. Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann hat der Mensch das heil gefunden, dass ein Sechser im Lotto, wer hat das, ja, hat irgendjemand gesagt, ja? Das ist ein Sechser im Lotto. Ich habe den Nobelpreis gewonnen, hast du gesagt gestern, hat jemand, ja? Hat ja das Gefühl gehabt, Johannes Ramel, habe ich gesagt, ja? Schön, ja? Ich habe gesagt, er hat den Nobelpreis gewonnen, als er gemerkt hat, dass er Jesus gefunden hat, ja? So wertvoll war ihm das. Und über diese beiden Themen redet Jesus mit Nikodemus. Zwei High Potentials. Ja? Also der Lehrer Israels und der Sohn Gottes. Der Lehrer des Wortes Gottes und der Eigentümer. Die sitzen hier und haben ein Nachtgespräch. Und da setze ich mich ganz still zu und höre auf jede Nuance in dem Gespräch, weil ich das genau wissen will, was passiert hier. Das ist was ganz Wertvolles, was wir hier lesen, ja? Also Jesus redet mit ihm nicht über irgendwas, nicht über irgendwelche Finessen, sondern über zwei heilsnotwendige Themen, Golgatha und die Wiedergeburt. Und jetzt wird es spannend. Jetzt gibt Jesus Nikodemus für Golgatha ein Bild aus dem Alten Testament, aber für die Wiedergeburt nicht. Ja? Er gibt dem Nikodemus ein Bild für Golgatha, ja? Dass der Sohn Gottes gegeben werden muss, ja? Dass er erhöht werden muss, so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat. Ach so. Es wird ja bedeuten, dass die Kreuzigung im Alten Testament schon vorhanden war? Ja, natürlich. Ja, wo denn? Na ja, da, wo Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat. Christus ist zur Sünde geworden für uns, damit wir leben sollen, weil wir auf ihn schauen. Das ist ganz, ich finde das so ein wunderschönes Bild, ja? Das heißt also, Jesus zeigt dem Lehrer Israels in dessen Tanach, in dessen Alten Testament eine Stelle von Golgatha. Ach so, sagt der Nikodemus dann nach der Auferstehung, da muss es doch noch mehr geben. Und dann sucht er im Alten Testament, und wir gucken gleich mal, wie viele Stellen im Alten Testament stehen von Golgatha und wo Stellen von der Wiedergeburt stehen. Aber Jesus spricht mit Nikodemus über diese beiden Themen, ja? Und wenn man das färbig macht im Text, dann kann man das auch sehen. Es geht um die Wiedergeburt und es geht um Golgatha, um diese beiden Themen, ja? Also gibt Jesus jetzt für das Kreuz von Golgatha, gibt er ihm ein Bild, nämlich die Ehrenschlange. Uns gibt er auch dieses Bild. Und ihr könnt darüber eine Bibelstunde halten und niemand wird euch schimpfen unter den Christen. Alle werden nicken. Aber wir gucken gleich, was passiert, wenn man über die Wiedergeburt spricht, ja? Ja? Also dafür gibt er ihm ein Bild, aber für die Wiedergeburt gibt er ihm kein Bild aus dem Alten Testament. Jesus lässt das unbeantwortet. Er tadelt aber Nikodemus. Ja? Er tadelt ihn und sagt, warum weißt du denn nichts von der Wiedergeburt? Die steht auch im Alten Testament. Golgatha steht ja auch im Alten Testament. Ach so. Das heißt, wir können aus dem Gespräch ablesen, erstens, worüber Jesus mit Nikodemus spricht. Dann können wir sehen, dass Golgatha im Alten Testament vorhanden ist und der arme Nikodemus das nicht wusste. Dann werden wir gleich sehen, dass wir wissen, wo diese Bibelstellen sind im Alten Testament von Golgatha. Deswegen sind wir Christen und keine Juden. Und dann machen wir genau dasselbe mit der Wiedergeburt. Ja? Das ist der Gedanke. Und dann gehen wir zum Hiskia zurück. Dass ihr ungefähr wisst, was ihr vorhabt mit euch. Also, dass wir das ein bisschen nachspüren. Woher hätte Nikodemus denn von Golgatha und auch von der Wiedergeburt wissen können? Nur aus dem Alten Testament. Nur aus diesen Bibelstellen. Und es gibt viele Stellen im Alten Testament, die von Golgatha sprechen. Also es gibt zum Beispiel Abraham und Isaac. Wenn Abraham Isaac opfern soll auf dem Berg Moria und der Isaac das Opferholz auf dem Berg Moria trägt. Derselbe Berg, auf dem Jesus geopfert wurde. Altes Testament, Golgatha. Das Passalam, das geschlachtet wurde, und dessen Blut an die Türpfosten gestrichen wurde. Blut auf Holz. Golgatha. Der Sündenbock. Das ist am modernen Sprachgebrauch übergegangen auch. Aber es gab damals einen Ziegenbock und auf den legte einmal im Jahr der hohe Priester seine Hand und legte die Sünden des Volkes auf diesen Ziegenbock, den Azazel. Und der wurde dann in die Wüste gejagt. Ist auch im deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Und starb dann dort. Das heißt also praktisch der Sündenbock von Mose, der die Wüste des Volkes wegträgt. Mose erhöht die Ehre eine Schlange. Das ist unser Bild, was wir haben. Dann sagt der 5. Mose, verflucht ist, wer am Holz hängt. Christus ist ein Fluch geworden für uns. Ist zur Sünde, zur Schlange geworden. Wer am Holz hängt, 5. Mose 21 und Paulus nimmt Bezug in Galater 3. Der Emanuel in Jesaja 7, der Gottesknecht Jesaja 53, der Leidenspsalm, alle Sünd, Schuld, Schlacht und Speisopfer. Alles das spricht von Golgatha im Alten Testament. Das Alte Testament wird plötzlich lebendig. Das zeigt uns Christus schon im Alten Bund. Ja, da müssen aber alle Juden Christen sein. Ja, natürlich. Ja? Es dürfte gar keine Juden mehr geben. Warum? Das ist doch ihr Messias. Das ist doch ihr Altes Testament. Die lernen doch diese Schriften mit 12 Jahren auswendig in der Jeschiva. Die müssten das doch wissen. Was ist denn da, dass sie das nicht verstehen? Das ist erstaunlich. Ja? Aber das sind jetzt Stellen aus dem Alten Testament für Golgatha. Und jetzt ist die Frage die, wo steht denn die Wiedergeburt im Alten Testament? Ja, das frage ich auch seit 30 Jahren alle möglichen Leute. Und das ist eine Frage für uns heute auch immer noch. Weil das eigentlich immer noch ein Geheimnis ist. Also wir beschäftigen uns hier mit einem biblischen Geheimnis. Ja? Wir machen so ein bisschen Geheimniskrämerei. Das ist auch nicht für alle. Ja? Aber wir schauen uns das an und gucken mal, wo im Alten Testament die Wiedergeburt steht. Jetzt noch ein Gedanke. Wenn ich nach dem Kreuz von Golgatha suchen will im Alten Testament, dann kann ich das ja machen, dann gehe ich in den Computer und gebe da Golgatha ein. Enter. Dann findet er nur Stellen im Neuen Testament. Ja? Warum? Weil Golgatha so im Alten Testament nicht wörtlich erwähnt ist. Und dann gebe ich Kreuz von Golgatha ein. Dann findet er auch nur Neu-testamentliche Stellen. Er findet im Alten Testament nichts. Warum? Weil das Bilder sind im Alten Testament. Das sind Typologien. Ja? Ein Typus auf Golgatha. Ja? Oder Analogien. Also Begebenheiten, die zum Beispiel wenn Abraham mit Isaac auf den Berg Moria geht, das sind Bilder auf Golgatha. Das heißt, Golgatha wird nicht wörtlich im Alten Testament zitiert, sondern als Bild. Das ist wichtig, weil jetzt gucken wir mal nach der Wiedergeburt im Alten Testament und da gibt es auch Bilder für im Alten Testament. Wortbilder. Welche Bilder sollte man denn da erwarten? Vielleicht so ein Bild wie Geburt von einer Frau, die ein Kind gebiert, vielleicht im hohen Alter oder eine Frau, die vielleicht unfruchtbar war und Kinder gebiert. Das sind die Bilder, nach denen wir suchen. Vielleicht eine Stadt Jerusalem, die belagert wird und irgendwo geht es um Geburt. Das sind Bilder, die wir suchen. Wir suchen also diese Bilder für Golgatha und wir suchen Bilder für die Wiedergeburt. Das heißt, wir machen genau dasselbe. Ich sage das extra, damit ihr versteht, wir machen nichts Ungewöhnliches oder wir machen nichts Unerlaubtes. Wir machen das, was wir mit Golgatha schon sehr gut kennen, machen wir jetzt mit der Wiedergeburt und gucken mal, was dabei rauskommt. Also, immer wenn ich irgendjemanden gefragt habe, wo steht denn die Wiedergeburt im Alten Testament, dann haben wir alle, bis auf einen Theologen, bis auf einen, haben wir diese Bibelstelle genannt, Hesekiel 11 oder Hesekiel 36. Und da steht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und so weiter und meine Rechte tun. Das heißt also, Gott sagt dort zu Israel, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Das war die Antwort, die ich bekommen habe. Ich frage, wo ist denn die Wiedergeburt im Alten Testament? Und die sagen, in Hesekiel 36 und Hesekiel 11. Ja, da wird zweimal erwähnt in Hesekiel. Und ich sage, ja gut, da steht jetzt von neuer Geburt aber nichts. da steht nur, dass Gott ihnen einen neuen Geist geben will und was von Herztransplantation. Ja, aber nichts von Geburt. Dann sagen die mir, ja, ja gut, aber wer ein neues Herz hat und wer einen neuen Geist hat im neutestamentlichen Sinn, der ist ja Christ und dann ist er auch wiedergeboren. Sag ich, einverstanden. Aber wir müssen uns in die Situation mit Nikodemus und Jesus reinversetzen. Jesus sagt ja zu Nikodemus nicht, Nikodemus, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, Jesus sagt zu Nikodemus, du musst ganz von Neuem geboren werden. Hätte Jesus zu Nikodemus gesagt, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist, hätte Nikodemus gesagt, Hesekiel 11 und Hesekiel 36. Warum? Weil der die ganze Bibel auswendig kannte. Ich sage das gerne, das ist wichtig, da sind wir alle Stümper gegen alle. Ja, die kannten die Bibel auswendig. Ein Freund von mir war Pastor in der Slowakei in einer reformierten Kirche und zur Konfirmation haben dort die Konfirmanden die Psalmen aufsagen müssen. Und es ging so, sag mal Psalm 38 und den haben die auswendig gekonnt. Sag mal Psalm 57, sag mal Psalm 23, ja gut, da ist meine Bibel auch noch mit vollverritten Seiten, sag mal Psalm 110 und die konnten die auswendig, die konnten alle 150 Psalmen auswendig, weil die in deren Gesangbuch sind. Und Nicodemus war noch besser, der kannte die ganze Bibel auswendig, das gibt es heute. Und wenn Jesus gesagt hätte zu ihm, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist, dann hätte Nicodemus gesagt, kein Problem, da steht es. Macht Jesus aber nicht. Warum denn nicht? Weil Jesus den Nicodemus überfordern will. Der sagt, wenn du kommst und sagst, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, niemand kann die Dinge tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm, dann setz dich hin, Nicodemus, du kannst überhaupt nicht verstehen, wer ich bin, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Und warum weißt du nichts davon? Jetzt lass mal reden über Mose und in der Wüste. Weißt du, was du da liest, wenn du das liest? Weißt du, wovon das spricht? Von mir. Ich bin der, der erhöht wird. Das war das Gespräch. Da schlägt es Funken. Das ist kein langweiliges Gespräch, was irgendwo in Johannes 3 steht. Das reibt sich aneinander. Das sind zwei High Potentials. Der eine versucht zu verstehen, wer vor ihm ist und Jesus redet solche Dinge. Das ist großartig. Das ist spannend. Und das passiert hier. Und ihr könnt das ja auch nachprüfen. Fragt doch mal eure Pastoren in den Gemeinden, wo von der Wiedergeburt. Macht doch mal das Experiment. Und ihr werdet sehen, was sie euch sagen. Die sagen euch genau hier, Hesekiel. Dann könnt ihr sagen, das hat der Kleine schon erzählt, der hat wohl recht. Könnt ihr ruhig mal fragen. Ist ja nichts Schlimmes. Ist ja ein biblisches Thema. Aber Jesus sagt nicht, Nicodemus, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist, sondern er sagt, du musst ganz von neuem geboren werden. Und damit war Nicodemus vollkommen überfordert. Der hat nur noch Bahnhof verstanden. Bis Jesus gestorben auch verstanden ist. So, also Hesekiel 11 und 36 reden von Herztransplantation, neues Herz und neuer Geist, aber nichts von Geburt. Und wenn ihr ins Krankenhaus geht, dann ist der Kreißsaal an einer ganz anderen Ecke, wo die Herzchirurgie ist. Ich will das nur ein bisschen plastisch machen. Das hat gar nichts miteinander zu tun. Mittelbar natürlich schon. Aber Jesus fragt Nicodemus nicht nach dem neuen Herz und nach dem neuen Geist, weil er genau weiß, dass Nicodemus dann diese Stelle nennt. Und dann frage ich immer zurück und sage, ist das die einzige Stelle, die du kennst aus dem Alten Testament? Gibt es nicht noch mehr? Ich meine, für Golgatha gibt es doch auch 4, 5, 6, 8, 10 Stellen, 12. Begebenheiten, Geschichten, Beispiele, Gleichnisse, Analogien, Synologien, Typologien. Das müsst ihr doch von der Wiedergeburt, ist ein heilsnotwendiges Thema. Wieso ist das denn nicht bekannt bei euch? Und dann wird es fast wie beim Nicodemus. Beißen die sich auch auf die Unterlippe. Aber darf man doch mal fragen, oder? Moment, das ist doch ein heilsnotwendiges Thema. Ist doch wichtig. Um in den Himmel zu kommen, muss man wiedergeboren sein. Also das ist eine Bibelstelle, die immer zitiert wird, aber wo ich sage, die hat mit Geburt aber doch nichts zu tun. Wir suchen aber Stellen, wo es um Geburt geht. Um Geburtswehen. Um eine Geburt, die vielleicht überhaupt nicht möglich war. Oder um eine Geburt, die nicht durch Heer oder Kraft geschieht. Sowas irgendwo. Das ist die Typen, die wir im Alten Testament suchen. Also hätte Jesus gesagt, du musst dein neues Herz und deinen neuen Geist haben, hätte Nicodemus sofort an Ezekiel gedacht. Jesus tut das aber nicht, sondern er sagt, du musst ganz von neuem geboren werden und damit war er überfordert. Und jetzt machen wir Folgendes und gucken mal, ob wir Bibelstellen im Alten Testament finden, die mit Geburt zu tun haben. Und wir gucken mal, ob diese Geburtsstellen irgendwie mit Jerusalem zu tun haben. Weil Jerusalem ja schon mal Geburt erlebt hat zu Pfingsten. Dann wären das ja alttestamentliche Prophetien auf die Wiedergeburt zu Pfingsten oder vielleicht auf die, die noch kommt. Oder auf unsere Wiedergeburt. Das suchen wir jetzt mal. Also wir gucken mal in Jeremia 4, Vers 15. Da steht, ich habe die alte Lutherbibel, da steht, Horch, es kommt ein Geschrei von Dan her und eine böse Botschaft vom Gebirge Ephraim. Sagt an den Völkern, verkündet in Jerusalem, Belagerer kommen aus fernen Landen und erheben Kriegsgeschrei gegen die Städte Judas. Sie werden sich um Jerusalem her lagern wie die Wächter auf dem Felde, denn es hat mich erzürnt, spricht der Herr. Das ist jetzt 605 vor Christus. Eben das war 702 vor Christus, Assyrer, Hiskia. Jetzt sind wir bei Nebukadnezar, 100 Jahre später, 605 vor Christus. Die Babylonier kommen nach Jerusalem und belagern die Stadt Jerusalem und Jeremia spricht praktisch wie ein Prophet im Geist. Er sagt, denn ich höre ein Geschrei wie von einer Gebärenden. Ach so, jetzt geht es irgendwie um Geburt. Um Wiedergeburt? Ja, hier geht es ja um eine ganz komische Geburt. Ich höre ein Geschrei wie von einer Gebärenden, Angstrufe wie von einer, die in ersten Kindsnöten ist, in Wehen. Ein Geschrei der Tochter Zion. Ach, da geht es um Jerusalem? Ja, die da keucht und die Hände ausbreitet. Ach, weh mir. Ich muss schier vergehen vor den Bürgern, weil die Babylonier die Stadt angreifen. Ach, das ist ja fast wie bei Hiskia. Jetzt greifen die Babylonier die Stadt an, knapp 100 Jahre später. Die Tochter Zion wieder allein, wieder isoliert, wie damals bei Hiskia. Und der Prophet Jeremia schreibt wieder davon, dass Zion in Wehen kommt, als ob eine Stadt, als ob die Tochter Zion in ersten Kindsnöten ist, als ob die Tochter Zion eine Gebärende ist. Das ist ein Bild, oder? Das ist ein starkes Bild. Also hier geht es irgendwie um Geburt und es steht in Verbindung mit Jerusalem, genau wie bei Hiskia. Immer wenn Jerusalem belagert worden ist, haben die Könige und Propheten davon geweissagt im Geist, als ob eine Jungfrau schwanger wird oder als ob die Tochter Zion in Wehen liegt. Immer. Es gibt noch ein drittes Ereignis, das führt jetzt zu weit. Nur diese beiden wollte ich euch zeigen. Das gibt es an einer anderen Stelle, dieselbe Zeit, auch Belagerung durch die Babylonier. Jetzt wird es noch verrückter. Das ist richtig woke hier, was wir hier lesen. Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären. Damals war das komisch. Heute ist das ja scheinbar normal. Es wird ja überall, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber so will man das irgendwie haben. Damals war das so ungewöhnlich, dass jeder, der das gelesen hat, darüber gestolpert ist. Und wir können den Rabbinern danken, dass die das so abgeschrieben haben und nicht verschlimmbessert haben, wenn sie es abgeschrieben haben, indem sie es geglättet haben. Die haben das so komisch geschrieben, als ob Gott will und sagt, hallo, hört mal hier, hört mal, was ich euch hier sage. Stolpert doch ein bisschen darüber. So ist das fast. Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären in Zion. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsen, die Frauen, die schwanger sind und alle angesichts da so bleich sind. Och, das ist aber erstaunlich. Jetzt haben wir wieder Zion, Jerusalem belagert, wieder von dem Fremden her und wieder geht es um Schwangerschaft. Bei Hiskia konnten Kinder nicht geboren werden, hier sind Männer schwanger, die laufen damit hinten auf ihren Hüften rum. Das ist aber komisch. Ja? Die komischen Bilder, geheimnisvolle Bilder, Bilder, die der Deutung bedürfen. Genau wie Bilder von Golgatha ja auch. Das Bild der Ehren in Schlange braucht Deutung, Exegese, Auslegung. Und das braucht auch Deutung. Und das machen wir gleich, weil wir Punkte verbinden. Wir sammeln gerade nur ein bisschen. Wir stromen da so das alte Testament und sammeln uns ein paar Stellen. Mischa 4, Vers 9. Das ist auch eine tolle Bibelstelle. Ja, warum schreist du denn jetzt so laut? Ist der König nicht bei dir? Oder sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich also das Weh angekommen ist wie eine in Kindsnöten? Ach, schon wieder Geburtswehen? Bei wem? Naja, leide doch solch Wehen und kreise du, Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten. Schon wieder Jerusalem? Soll Jerusalem gebären? Oder was meint der Text? Ja? Das ist ja erstaunlich. Das heißt, die Tochter Zion scheint irgendwie isoliert zu sein und alleine zu sein. Der König ist nicht bei dir. Die Ratgeber sind alle hinweg. Die Stadt ist alleine und isoliert und sie ist irgendwie, als ob sie in Wehen liegt. Das ist das Bild. Und das ist immer in Verbindung mit Jerusalem, erstaunlicherweise. Und das ist eine Bibelstelle, wo man was ganz Interessantes daraus schließen kann. Mischa 5, Vers 2. Das heißt, in der Zeit lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, die gebären soll, geboren habe. Da werden dann die übrigen seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel. Das heißt also, die, die gebären soll, scheint wohl Zion zu sein. Und Zion wird so lange geplagt und belagert werden und in Wehen gebracht werden, bis Zion geboren hat. Ach so, das heißt also, dass Jerusalem nicht nur in Wehen kommt bei Hiskia und bei Jeremia, sondern dass Jerusalem in Wehen kommt und gebiert und Wiedergeburt erlebt. Kann das sein? Ist das das Bild? Hat Jerusalem schon mal geboren? Ja. Wann denn? Vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Warum? Weil da zum ersten Mal Wiedergeburt geschehen ist. Weil da ja die Gemeinde Jesu begonnen hat. Vorher war ja altes Testament, ohne Wiedergeburt. Dann schickt Jesus seine Jünger rauf nach Jerusalem vom See Genezareth aus und sagt, wartet dort auf die Verheißung. Warum? Weil die Geistesausgießung zu Pfingsten nicht auf Tiberias war oder auf Tel Aviv oder auch nicht auf Berlin und nicht auf Washington oder Moskau oder wo auch immer, sondern auf Jerusalem. Warum? Weil der Tochter Zion das Verheißen ist. Deswegen schickt Jesus die Jünger rauf nach Jerusalem, wartet dort auf die Verheißung. Das sagt Jesus. Ach so, das würde also bedeuten, dass Jerusalem schon mal Geburt erlebt hat. Ja. Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Ja. War Jerusalem da belagert? Nein. Hat Jerusalem dann Wehen gehabt? Nein. Ja, das heißt also, Jerusalem hat geboren, hat Wiedergeburt erlebt, ohne Belagerung, ohne Wehen? Ja. Geht sowas? Nein. Immer kommen erst die Wehen und dann kommt das Kind. Ja? Es ist immer so. Ohne Wehen keine Geburt. Wer hätte sowas je gehört? Wer hätte sowas je gesehen? Kann auch ein Land oder ein Volk geboren werden, ehe, denn es die Wehen hat. Man hört aber doch, Zion ist eines Knaben gelesen, ehe, denn sie Wehen hatte. Sie hat ein Kind geboren, ehe, denn sie Geburtswehen hatte. Wer hat solches je gesehen? Wer hat solches je gehört? Wir. Wir Christen. Wann denn? Naja, von Pfingsten damals. Und die Stelle, die ich so zitiert habe, ist Jesaja 66. Ach so, dann steht in Jesaja 66 von Pfingsten? Ja. Könnte es denn sein, dass alles, was im Neuen Testament steht, schon im Alten Testament steht? Ja, aber unbedingt. Alles, was im Neuen Testament steht, ist im Alten Testament. Ja, dann dürften wir das aber nicht so vernachlässigen. Nö, wir müssten das viel besser kennen. Wenn wir das Alte Testament besser kennen würden, können wir das Neue besser verstehen. Und umgekehrt. Ja, das gehört zusammen. Weil das Neue Testament ist die Erklärung des Alten Testaments. Die christliche Erklärung des Alten Testaments ist das Neue Testament. Maßgeblich durch Paulus. Ja? Aber jetzt haben wir Bilder gefunden, die von Geburt sprechen, von Geburtswehen. Sogar Männer sollen irgendwie gebären. Wir haben sogar gehört davon, dass Jerusalem, also, dass die, die gebären soll, auch irgendwann geboren haben wird. Dass da wirklich Geburt, Wiedergeburt kommen wird. Das ist ein wichtiges Ergebnis. Denn alle diese Bibelstellen stehen in Verbindung mit Jerusalem. Ja? Und dessen Belagerung durch ein ausländisches Heer. Dabei wird die Angst der Bürger von Jerusalem während der Belagerung mit Geburtswehen verglichen. Als wenn die Stadt in Druck kommt, die Tochter Zion wird bedrängt von außen und die kommt wie in Geburtswehen. Das ist das prophetische Bild, was das Alte Testament hat dafür. Ja? Und auch zweite Könige gehört dazu, weil da steht, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Und jetzt bekommt der Vers langsam mehr Sinn. Jetzt fängt man langsam an und sagt, Moment, langsam fange ich an zu verstehen, scheinbar soll die Tochter Zion Geburtswehen erleben und gebären und das kommt irgendwie durch einen Krieg zustande. Aber die Tochter Zion, die Stadt Jerusalem, wird nicht durch einen Krieg wiedergeboren, sondern während eines Krieges. Die wird nicht durch die Belagerung wiedergeboren, sondern durch Gottes Geist. Wer sagt das denn? Der Engel zu Zacharja. Wenn ihr genau gehört habt, ganz am Anfang sieht der Zacharja die beiden Ölbäume und den Leuchter und er fragt den Engel, was ist das? Und der Engel sagt, das wird nicht durch ein Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Was sagt der Engel? Der sagt, das, was du da siehst, ist die Gemeinde Jesu und die besteht aus Juden, aus Juden und aus Heiden. Und das, was du da siehst, das geschieht nicht durch ein Heer, nicht durch eine Belagerung, sondern durch meinen Geist. Die Stadt Jerusalem wird also nicht durch eine Belagerung zur Wiedergeburt kommen, sondern während einer Belagerung. Sie kommt durch Gottes Geist zur Wiedergeburt. Wann denn? Vor 2000 Jahren, damals ohne Wehen, ohne Belagerung und in der Endzeit noch einmal, dann mit Belagerung, mit Wehen und jetzt sind wir am Put. Jetzt ist der Kreis geschlossen. Es würde ja bedeuten, dass die Stadt Jerusalem noch einer, dass der noch eine Geburt aussteht, noch eine Wiedergeburt, ja. Ja, und das soll während einer Belagerung geschehen, ja. Ja, während der Iran in Israel eingefallen ist, ja, so ungefähr. Ja, das würde bedeuten, der moderne Staat Israel wird isoliert und die Stadt Jerusalem bleibt allein übrig und dort die eingeschlossenen Bürger werden dann belagert von den Assyrern oder Assyrern oder wem auch immer, ja. Und dann rufen die zu Jesus und dann wird die Stadt Jerusalem, die, die gebären soll, wird geboren haben. Dann rufen die zu Jesus und dann kommt die Stadt Jerusalem an einem Tag zur Wiedergeburt. Wer sagt das? Jesus. Jesus sagt, ihr werdet in der letzten Zeit hören von Kriegen und Kriegsgeschrei und teure Zeit und Seuchen und hier und da, ja, und allerlei Unheil und Erdbeben. Das alles ist der Anfang der Wehen, oder? Das heißt, Jesus sagt für die Endzeit nochmal Wehen voraus und jetzt wissen wir, welche Wehen, nämlich die Wehen der Tochter ziehe und sagt Jesus voraus. Ach so, das heißt also, wir könnten damit auch die Endzeitreden Jesu besser verstehen, was er in Matthäus 24 sagt, genau. Das heißt, Jesus spricht nicht einfach nur so von Wehen, sondern Jesus war der Eigentümer des Wortes. Jesus fordert uns jetzt und wir sitzen jetzt so vor unserer Bibel, wie der Nikodemus damals vor Jesus saß. Ja, das ist genau dasselbe und die Frage stellt sich ja jetzt auch uns, was sind das denn für Wehen, die in Matthäus 24 angesprochen werden und noch öfter im Neuen Testament, ja, wir schauen uns noch andere Bibelstellen nachher an. Jesus sagt also in der Endzeit wird es teure Zeit sein und Kriege und Kriegsgerüchte und Erdbeben und Seuchen, das alles ist der Anfang der Odinei, der Wehen, der Geburtswehen von wem? Von Zion. Ja, nicht von Berlin oder Washington, nein. Nur von Zion, nur von Jerusalem. Das würde ja bedeuten, dass für die Endzeit überhaupt mal Jerusalem mal wieder existieren müsste oder der Staat Israel mal wieder existieren müsste, ja? Ja, natürlich. Das habe ich am Anfang gesagt, oder? Jerusalem ist, Israel ist seit 75 Jahren wieder da, das müsste uns ganz wach machen. Das heißt also, um diese Erfüllung auch der Wiedergeburt möglich zu machen, müsste Israel existieren und Jerusalem existieren und zwar ein jüdisches Jerusalem, weil es soll ja ein Ölbaum dort noch kommen. Jetzt entstehen langsam überall so Brücken im Kopf, ja, wo man sagt, ah, jetzt kann man jetzt so langsam, fängt man an, das einordnen zu können. Das heißt also, es gab in Jesaja 66 eine Verheißung, dass Jerusalem gebiert ohne wehen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Schauen wir uns gleich an, ja? Ist das schon mal passiert? Ja. Es ist erfüllte Prophetie. Wir Christen kennen das, das war Pfingsten vor 2000 Jahren, ja? Dann ist das Evangelium vom Ölbaum, Jerusalem, weggegangen zu den Heidenvölkern, hat sie uns, ja? Leuchter. Die ganze Welt ist erleuchtet worden vom Evangelium. Und wenn die Zeit der Gemeinde beendet ist, dann geht das Evangelium wieder nach Hause, dorthin, wo es angefangen hat, nach Jerusalem. Und die Stadt Jerusalem kommt an einem Tag zum Glauben an Jesus, wie damals, so in der Endzeit. Und dann ist das fertig und dann sagt der Engel, das geschieht durch meinen Geist und nicht durch eine Belagerung. Aber jetzt, ja, fängt man an, die Bilder zu verstehen. Ja? Und es ist nicht so sehr kompliziert, aber wir haben jetzt so einen guten Überblick über das, was die Bibel uns zur Wiedergeburt Jerusalem sagt. Jetzt wissen wir, dass der Staat Israel auch wieder existent sein musste. Ja, ich habe, Dienstag, nächste Woche kommt jemand zu mir von einer Gesellschaft, die sich für Israel sehr stark einsetzt und wir wollen uns unterhalten. Das wird ein spannendes Gespräch. Da geht es auch um diese Themen, ja? Der hat es auch gelesen jetzt und wollte gerne vorbeikommen, wollte sprechen mit mir drüber. Ich hoffe und bete, dass wir da ein gutes Gespräch bekommen. Aber wir haben jetzt ein Bild aus dem Alten Testament für Geburt. Waren das die Bilder, nach denen Jesus Nikodemus gefragt hat? Ja. Das heißt also, wenn wir heute mit Jesus am Tisch sitzen würden und er würde sagen, wo steht denn die Wiedergeburt im Alten Testament, dann hätten wir ja Antwort. Ja. Auch für Golgatha hätten wir Antwort. Ja. Dann wären wir ja auf der Höhe der Zeit, sag ich mal, irgendwo mit unserem Bibelwissen. Ja. Und das ist was Schönes. Das ist was Wichtiges für den Christen. Denn wenn wir fest werden mit dem Wort Gottes, werden wir zu Charakteren. Wir sind keine Typen mehr. Wir wissen, woran wir glauben. Wir sind durch klugen Fabeln gefolgt. Ja. Sondern wir haben, Petrus sagt, wir haben den Herrn Jesus selber gesehen. Und wir sagen, wir haben sein Wort gelesen. Das ist so, als ob wir ihn selber gesehen hätten. Ja. Wir glauben lange nicht alles. Ihr ja auch nicht, oder? Also nach den letzten drei Jahren glauben wir bei weitem nicht mehr alles. Also ich glaube schon lange nicht mehr alles. Bin ich viel zu alt für. Ja. Ich sage, erzählt mir doch nicht alles. Ja. Ich glaube ja. Und das sagt die Bibel auch. Prüft alles und das Gute behaltet. Aber jetzt haben wir eigentlich dieses Ausgehen von dem Gespräch Jesu mit Nikodemus. Und dadurch, dass wir Golgatha im Alten Testament gesucht haben und dann die Wiedergeburt, sehen wir so zwei Stränge, die ins Alte Testament führen. Und wieder ins Neue Testament. Weil jetzt schauen wir mal, ob wir im Neuen Testament auch Bibelstellen finden. Die haben schon zitiert. Jesus. Ja. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ich vermute stark im Nahen Osten. Ja. Nicht in der Ukraine so sehr, sondern eher in Israel. Und das, ich bin immer vorsichtig damit vorhersagen. Ja. Aber das sagt, Jesus. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss alles so, das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Das heißt, Jesus redet von Geburtswehen. Und wir wissen, was er meint. Wir wissen, dass er sagt, wenn das kommt, wenn Kriege und Kriegsgeschrei kommen, dann wird Zion belagert und dann fangen Wehen an. Und die Wehen dauern nicht lange, denn in neueren Übersetzungen steht, kaum in Wehen hat sie schon geboren. Jesaja 66, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt. Die Belagung dauert nicht lange. Das ist wie eine Sturzgeburt. Jerusalem wird belagert und plups, sind die alle zum Glauben gekommen an Jesus. Paulus. Also das ist eine Bibelstelle aus Matthäus 24, wo Jesus über Wehen redet. Paulus. Erste Thessalonischer 4. Denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie wehen. Wahrscheinlich Zion. So wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz oder wie die Wehen eine schwangere Frau. Das ist meine alte Luther. Sorry. Gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib oder wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Wen meint Paulus hier? Naja, Zion. Er kann niemand anders meinen. Es gibt nur dieses Geburtsbild in der Verbindung mit der Tochter Zion. Die Tochter Zion ist Kosename für Jerusalem. Und die Tochter Zion kommt in Wehen und Gebiert. Und zwar zweimal. Einmal gebiert sie vor 2000 Jahren, damals ohne Wehen. Und sie gebiert nochmal in der Endzeit, dann mit Wehen. Das würde aber bedeuten, dass Paulus, wenn er das an die Thessalonicher schreibt, mit den Thessalonichern über diese schwangere Frau und über die Wehen gesprochen hat. Ja? Denn er sagt ja am Anfang von Kapitel 5, es ist nicht Not, liebe Brüder, euch zu schreiben, denn ihr selber wisst, gewiss das und so weiter. Woher wussten die das von Paulus? Das würde heißen, dass Paulus in Thessaloniki über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen hat. Das glaube ich schon. Das ist heftig. Weil dann müssten wir den Vers ja komplett nochmal neu lesen und ergebnisoffen. Ja? Das ist ja eine erstaunliche Aussage, die da gemacht wird von dem Paulus. Wie lange haben wir denn noch? Viertel Stunde? Viertel Stunde, ja? Okay. Wir machen pünktlich Schluss, ja? Viertel Stunde ist Schluss. Ja? Aber das ist hochspannend und das wäre eine Bibelstelle für sich schon mal, der erste Thessalonicher 5, darüber nochmal so anzuschauen. Weil alle Auslegungen, die ich höre, gehen über diese schwangere Frau hinweg. Oder streifen die nur am Rand. Ja, da geht es immer um andere Themen. Aber wie die Katze um den heißen Brei wird da gepredigt. Und die springt da mitten rein in den Brei. Und es ist was Spannendes, ja? Also Paulus hat das gewusst. Paulus hat das gepredigt. Sonst hätte er das nicht so formuliert, ja? Wenn Paulus das schon gepredigt hat, ist es verloren gegangen. Warum wissen wir denn nichts davon? Ja, ich frage seit 30 Jahren die Pastoren. Haben die das nicht gelernt auf der Bibelschule? Das findet ihr in keinem, ihr könnt ja googeln und Lexikon zur Bibel oder Wuppertaler Studienbibel suchen. Und wenn ich das sagen darf, das finde ich auch so drollig, als ich das erste Mal die Videos darüber gemacht habe, da haben ganz viele Kommentare geschrieben. Da haben die sich dann angeguckt und gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Da gucke ich mal nach, wo das steht. Dann sind sie an dem Bücherregal und haben geguckt und haben nichts gefunden. Dann sind sie Lexikon zur Bibel, Wuppertaler Studienbibel und was sie so an Literatur hatten, haben überall geguckt und sie finden nichts Wiedergeburt Jerusalems. Weil das nämlich heilsgeschichtlich ein falscher Begriff ist. Weil Wiedergeburt, so ist das Verständnis, Wiedergeburt ist was Privates. Ich und Jesus, so ist unser Verständnis heute im evangelikalen Umfeld. Das ist was Privates. Und Jerusalem kommt erst im tausendjährigen Reich. Aber dass Jerusalem mit Wiedergeburt zu tun hätte, nö. Wir sind doch alles Juden. Und wir werden ja irgendwie entrückt und dann ist es ja vorbei. Wenn ich aber von der Wiedergeburt Jerusalems spreche, dann gehört das nicht zusammen. Das ist eigentlich was, was theologisch nicht zusammenpasst. Aber wenn man das hier so sieht und versteht, dann schon. Und das ist dieses spannende Thema. Aber viele haben da geguckt im Bücherregal und waren da erstaunt drüber, weil die Literatur da nichts schreibt von. Aber wir können das an der Bibel nachvollziehen. Das ist noch Paulus, der sagt, nachdem Christus gestorben und auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift, alles nach der Schrift, wurde er gesehen von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Die Auferstehung ist Tatsache, die ist bezeugt. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Was? Wieso bist du denn eine unzeitige Geburt? Ich habe überall gelesen, was ich auch finden konnte davon. Theologen sagen, ja, der Paulus, der hat sich als Missgeburt verstanden. Ich sage, what? Ihr könnt doch nicht den großen Völkerapostel als Missgeburt bezeichnen. Doch, doch, der Paulus hat sich als Missgeburt verstanden, weil der hatte so ein Minderwertigkeitskomplex, weil der hat sich nicht als echten Apostel verstanden. Weil die zwölf Apostel haben ja Jesus gesehen, als er noch lebte und er hat ja Jesus erst erkannt, als Jesus schon gestorben und auferstanden war. Und deswegen empfindet sich der Paulus als Missgeburt. Das sagen Theologen, Heidelberg, promovierte Theologen. Ja, ist also die Höhe der Theologie, die man da so mitbekommt. Das ist für mich vollkommener Unsinn, ja. Der Paulus, der sagt, am letzten nach allen bin ich, ist er auch von mir als von einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Aber das war doch die Zeit, wo alle zur Wiedergeburt kommen sollen, Paulus. Warum bist du denn eine Geburt zur falschen Zeit? Naja, weil der erste Verheißungszeitpunkt für Wiedergeburt Pfingsten war vor 2000 Jahren. aber da war Paulus noch Jude und hat die Gemeinde Jesu noch verfolgt. Aus 1. Thessalonischer 5 sehen wir, dass er weiß, dass nochmal eine Wiedergeburt kommt, dass die Zier nochmal gebiert. Aber er weiß nicht, wann das ist und er sagt, zu dem Zeit, ich bin ja mittendrin Christ geworden, ich bin ja geboren worden, weder zu dem Verheißungszeitpunkt noch zu dem, obwohl ich Pharisäer bin, aus Pharisäern und aus dem Stamm Benjamin und am 8. Tag beschnitten und die Verheißung hat ja mir gegolten, aber zu Pfingsten war ich noch zu dumm, ich habe es nicht verstanden und wenn die zweite Wiedergeburt kommt, bin ich ja schon wieder geboren. Ich bin zwischendrin geboren worden, ich bin irgendwie zur Unzeit geboren worden, aber ich bin keine Missgeburt. Ihr könnt ja nicht von dem Völkerapostel sagen, der 90% vom Neuen Testament geschrieben hat, dass der eine geistliche Missgeburt war, was bedeutet das denn für das Evangelium von Paulus, ihr Theologen? Ich will damit nur sagen, das sind Begründungen, die ihr dort findet, wo ich sage, das ist keine Begründung, das ist eine Pseudo-Begründung. Aber wenn wir wissen von diesen beiden Geburtszeitpunkten der Tochter Zia und von den Verheißungszeitpunkten, dann können wir verstehen, was Paulus hier meint, dass er sagt, am allerletzten von den allen bin ich geboren worden, hier steht eigentlich eine Frühgeburt. Das ist doch noch verrückter. Er ist ja der letzte wohl, der Jesus da gesehen hat, von allen, der er aufzählt. Dann müsste er sagen, ich bin eine Spätgeburt, sagt er aber nicht. Das passt vorne und hinten nicht. Das bekommt erst Sinn, wenn wir von den beiden Verheißungszeitpunkten der Wiedergeburt Jerusalems wissen und verstehen, dass Paulus mitten inne geboren wurde und obwohl er Jude war und Pharisäer und wahrscheinlich hoher Priester geworden wäre, das Zeug hatte der Paulus dazu, war der nicht zu den Verheißungszeitpunkten, ist er nicht zum Glauben gekommen. Das meint er hier. Also auch die Bibelstelle wird dann verständlich. Das heißt, wir können also Folgendes festhalten, und es gibt viel, viel, viel mehr noch. Das ist nur die Spitze vom Eisberg. Das ist nur was zum Anfixen, sagt man, glaube ich, dass man ein bisschen Leute neugierig macht dabei. Man verzettelt sich ja auch sonst. Also wir dürfen davon festhalten, an vielen Stellen im Alten Testament finden wir prophetische Aussagen dazu, dass Jerusalem durch ein ausländisches Heer angegriffen wird und so in Angst und Schrecken in Geburtswehen kommt. Das ist das Bild aus dem Alten Testament. Dass die Bewohner Jerusalems während der Belagerung mit einer Frau in Wehen verglichen werden. Das ist unser Bild aus dem Alten Testament. Dass Jerusalem gebären soll und gebären wird, und zwar gebären wird unter Wehen, hat Jerusalem aber noch nie. Jerusalem hat zwar schon mal geboren, aber noch nie unter Wehen geboren. Das heißt, wovon wir hier reden, ist auch heute noch Zukunft, vielleicht nahe Zukunft, aber es ist eine Prophetie, die noch nicht eingetreten ist. Diese Prophezeiung ist noch nicht vollständig eingetreten. Nur für Kenner, deswegen hat Petrus bei der Pfingstpredig Joel nur zum Teil zitiert, weil die Prophezeiung nur zum Teil eingetreten ist. Da fehlt noch etwas, dazu muss aber Israel wieder da sein und Jerusalem und das haben wir. Okay, also nur so. Hat Jerusalem schon geboren? Ja, zu Pfingsten. Hat die Tochter Zion damals geboren, ohne Wehen gehabt zu haben? Ja. Wer hat solches je gesehen? Wer hat solches je gehört? Wir? Das ist Jesaja 66. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren? Zion. Ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben gewesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Wart ein Land an einem Tag geboren? Das war deine Eingangsüberschrift. Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren? Und so weiter. Zion gebiert, das ist das Bild, und zwar ohne Wehen. Wann? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. In Jesaja, 800 Jahre vorhergesagt. Der Text ist 2800 Jahre alt. Und heute, 2024, sprechen wir über diese Texte und erwarten, dass das noch kommt. Was bewegt mich? Deswegen wollte ich euch jetzt gerne so ein bisschen weitergeben. Also wir können das zusammenfassen. Israel wird am Ende der Gemeindezeit auseinanderbrechen und erobert. Ich glaube, dass das kommt. Der Staat Israel zerbricht. Und den Haar ist, den sehen wir schon. Jerusalem bleibt alleine übrig, wie bei Hiskia. Und Jerusalem kommt dann unter den Wehen der Belagerung zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Die, die dann noch übrig sind. Die reichen Juden, ich kenne jemanden, der fliegt jedes Wochenende, ist ein reicher, orthodoxer Jude, der fliegt jedes Wochenende zum Schabbos nach Jerusalem, um da an der Klagemauer zu beten. Der hat seine Zigarren aus London, fliegt Learjet, wie sagt man, Wip, Lufthansa, Wipkunde, schwarze Lufthansa-Karte. Ich habe den besucht in München, haben wir uns unterhalten über dies und das, wir kennen uns gut, und wir schätzen uns auch, und der sitzt im Rollstuhl, und wir unterhalten uns über verschiedene Dinge in Israel, und irgendwann kommt die Stewardess und sagt, entschuldigen Sie, ihr Flieger geht, ja, ihr kleines Muster, dann hat ihr mit dem Rollstuhl aufs Rollfeld geschoben, weil der als letzter einsteigt, der drängt sich da nicht mit irgendwelchen Leuten in den Kabinen rum, sondern die gehen immer ans Telefon, wenn er anruft, und der geht jedes Wochenende nach Jerusalem, und ich rede nicht vom grünen Tisch, ich kenne die und spreche auch mit denen, ich habe Freunde aus Frankfurt, auch Geschäftsfreunde, bin auch eingeladen gewesen, in Tel Aviv, zur Hochzeit, also ich habe Kontakt auch hin, und wir schätzen uns, wir reden auch offen über so Themen, manchmal blocken sie ein bisschen ab, man darf auch nicht zu weit gehen, aber die Themen bespreche ich auch so, ich habe die jetzt länger nicht mehr gesehen, aber die haben, das ist etwas, was die im Moment sehr bewegt, dass Israel so zerbricht, und von innen so zerstört ist, aber das wird wieder kommen, jetzt stellt euch vor, Jerusalem wird heute belagert werden, oder morgen, oder nächste Woche, nächsten Monat, angenommen, von der Bibel, dass man das ein bisschen plastisch bekommt, angenommen, der Gaza-Streifen, Krieg hört irgendwann auf, die Amerikaner machen Druck, die sagen, ihr hört jetzt auf damit, dann gibt es Neuwahlen, Netanyahu stellt sich zur Wahl, und der Norden Israel, und der wird gewählt, und der Norden Israel sagt, wollen wir nicht mehr, wir machen uns selbstständig, wir wollen nicht mehr mit Netanyahu, das war zu Israel zerteilt werden, es gibt Stimmen in Israel, die das offen besprechen, können wir nachher uns unterhalten drüber, angenommen, also angenommen, Israel zerbricht in der letzten Zeit, dann wird Israel das nicht lange aushalten, in so einer feindlichen islamischen Umgebung, Israel wird früher oder später angegriffen werden, wovon ich das erwarte, müsste man in der Bibel mal gucken, dann hauen alle aus Jerusalem ab, die können, kein Jude wird sich in Jerusalem belagern lassen, der seinen Leerjet in Tel Aviv stehen hat, die fahren alle mit dem S Limousine runter nach Tel Aviv und fliegen sofort nach Brooklyn, also meine, die ich kenne auf jeden Fall, da bleibt keiner in Jerusalem, da bleibt nur ein kleiner Überrest von Juden übrig, die nicht wissen sonst wohin, die gibt es auch, die bleiben dort übrig, die kein Geld haben irgendwo hinzugehen oder so, die bleiben dort in Jerusalem übrig. Die Wasserpfeifen Verkäufer, die muslimischen, die hauen auch alle ab aus Jerusalem, die packen ihre Teppiche und ihre Shishas und dann gehen die alle raus. Die christlichen Missionare, gehen auch alle, Missionsgesellschaften holen die alle zurück. Da bleibt in Jerusalem nur ein kleiner jämmerlicher Überrest von Juden übrig, die allein Gott und dann kommen die zur Wiedergeburt wie zu Beginn und dann ist dieser zweite Ölbaum da und vielleicht wird das auch im Fernsehen gemeldet werden. Ich erzähle die Geschichte immer gerne, manche haben die auch schon gehört, ich erzähle sie trotzdem nochmal. Dann kommt in ARD und ZDF sagt der Nachrichtensprecher also in den Kriegswehren im Nahen Osten speziell in Israel und um Jerusalem herum gab es eine religiöse Rückbesinnung unter den Rabbinern und die glauben jetzt dass Jesus der Messias ist. Das Wetter. Ja? Ihr versteht, was ich damit sagen will, ja? Man wird das sehen, aber man kann das nicht verstehen, dass irgendwelche Rabbiner irgendwelche Messias Erwartungen haben, das ist schon seit 75 Jahren und seit 2000 Jahren so. Und das ist jetzt nicht so tragisch, gibt es alles im Moment an Durcheinander bleiben. So wird man das werten. Aber für mich ist das ein Signal und ich werde an diesem Tag ein rotes X in meinen Kalender machen, weil dann bestimmte Dinge passieren. Aber so stelle ich mir das ungefähr vor, dass das ein kleiner Überrest ist, der dann in Jerusalem übrig bleibt und der dann zu Gott schreit und Gott einfach seinen Geist ausgießt. Und dann ist die Stadt Jerusalem kaum in Wehen, schon ist sie genesen eines Knaben. Also sowas glaube ich wird kommen an einem einzigen Tag, weil Jesaja sagt, dieses Volk wird auf einmal an einem Tag geboren werden. Jetzt machen wir eine kurze Rekapitulation und hören wir auf. Zwei Minuten. Jeremia spricht davon, Misha spricht davon, Jesaja spricht davon, Zweite Könige spricht davon, die Psalmen sprechen davon, Paulus spricht davon, Petrus spricht davon, Jesus spricht davon. Was will man denn sonst noch? Wenn man den Faden mal aufgenommen hat, und ich erwarte nicht, dass das jeder direkt akzeptiert, kann ich auch nicht erwarten, weil es auch so ungewohnt ist, aber wenn man das zumindest mal als Arbeitshypothese sich mal vornimmt und vielleicht mal wieder liegen lässt und es ein bisschen verstoff wechselt, sagt an der Zeit mal wieder hervorholt und sich noch mal damit beschäftigt, dann glaube ich, dass man da, selbst wenn man das nur als Arbeitshypothese hat, irgendwann so eine Menge von Zeugen hat, dass man sich vielleicht sagt, ist das vielleicht doch wahr? Könnte das sein, dass das stimmt? Und wenn das stimmt, dann heißt das für Christen eigentlich Land in Sicht. Ja? Das heißt, dann würde, das ist ja das Signal, dass die Gemeinde Jesu abgeschlossen wird, dann kommt Jesus bald. Wenn das stimmt, heißt das Land in Sicht. Wir müssten ja noch wacher eigentlich sein. Und deswegen freut mich das so, und das wird für mich gar nicht altes Thema. Also ich kenne das ja schon ganz, ganz lange, ja? Aber ich freue mich da jedes Mal drüber wie ein Kind, ja? Und ein bisschen diebisch auch, oder das ist für mich immer noch frisch, ja? Die Bibel bewegt sich. Und ich will nicht schwermachig sein und auch nicht unnüchtern, aber wenn das, wenn das passiert, das ist was Außergewöhnliches, ja? Und dann sind es immer noch biblische Zeiträume, bis Jesus kommt, Dekaden und Halbdekaden, würde ich mal vor, nicht 3, 2, 1, meins, ja? So Internetgesellschaft, heute bestellt, morgen geliefert, ja? Das ist nicht so. Das braucht, das braucht Zeit, aber wenn das kommt, kommt das sehr schnell. Und, na gut, okay, den Rest später dann, ja? Okay, also warum wissen wir da nichts mehr von, wo ich so viele Leute gefragt haben, ist das vielleicht verloren gegangen oder will Gott uns das heute wieder offenbaren? Die Hypothese habe ich euch schon gezeigt, jetzt schauen wir uns einmal ganz kurz den Vers von Hiskia an, jetzt verstehen wir den nämlich vollständig, ja? Der Hiskia sagt, das ist ein Nottag der Not, der Strafe und der Schmach, weil der Rapschake vor der Tür steht, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt sie zu gebären. Warum war denn zur Zeit von Hiskia im Jahr 702 vor Christus keine Kraft da zu gebären, weil Gottes Geist dann nicht ausgegossen war? Wann wurde Gottes Geist denn ausgegossen? Naja, 730 Jahre später, zu Pfingsten, ja? Das heißt also, das, was Hiskia hier sagt, das ist kein Zufall oder ein Übersetzungsfehler oder irgendein Lückenfüller, sondern das ist hochpräzise, ja? Das ist Maßarbeit. Hiskia beschreibt hier diesen Tag wie ein Modell 1 zu 100, 1 zu 50 von etwas, was noch kommt. Denn diese Belagerung, die hier von der Hiskia hier spricht, damals waren ungefähr 7000 Leute in Jerusalem eingeschlossen, das ist historisch, habe ich euch am Anfang gesagt, das ist Weltgeschichte, das ist dreimal in der Bibel erwähnt, gibt es nur ganz selten, dass Gott das tut, aber das ist dreimal erwähnt in der Bibel. Jesaja 36, 2. Könige 18 und 19 und 2. Chronik, ich glaube, 36 nochmal. Das ist dreimal, das war Gott wichtig. Jetzt wissen wir warum. Und wir können das jetzt verstehen, das wird sich wiederholen. Und dann wird wieder ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach kommen, als ob Kinder geboren werden sollen und dann wird Kraft da sein, sie zu gebären. Weil dann der Geist Gottes ausgegossen ist. Wenn Jerusalem also nächste Woche belagert werden würde, wäre Kraft da zu gebären, dann könnte diese Verheißung in Erfüllung gehen. Aber nicht in Berlin oder Washington oder sonst wo, Paris, sondern in Jerusalem. Das heißt, alles ist bereit, um das kommen zu lassen. Und damit sind wir am Schlusspunkt. Das ist was Großartiges, dass wir das sehen dürfen. Und deswegen schön, dass ihr gekommen seid, euch die Zeit dafür nehmt. Jetzt haben wir, glaube ich, eine kleine Pause. Und dann machen wir noch Fragen. Bitte? Ein Lied singen wir noch und vielleicht betest du noch mit uns dann nachher. Schön, dann danke sehr fürs Zuhören. Dankeschön. Vielen Dank.